Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Matchmap. Ja, Matchmap-Zeit. Viel ist nicht passiert, ne. Ist auch gar nicht so viel. Die Möhr-Mission ist abgeschlossen, hat auch gar nicht Saatgut gekostet. Wer fährt jetzt rüber, zum nächsten. Ich hab hier meine Fläche mal gerade so angefangen zu düngen, ne. Fiel mir auch noch Siebenheit ein. Ich denk, warum geht die Schoße nicht her, Svenny, ne. Svenny, der alte Bienenpflücker. Da merkst du dran, dass der nicht fit ist. Weißt du, ich vorhin hier düngen, aber auch nicht die automatische Ausbringung. Dann klappt das ja auch so richtig töfte, ne. Kennst du das? Alter, nein, hab ich mir gedacht, ne. Ich denk, da kannst du auch nichts sagen, ne. Kannst du auch nichts sagen, wenn die automatische Ausbringmenge aus ist. Ne, was ist das denn, ne. Svenny, der alte Bienenpflücker. Wenn der nicht fit ist, dann kriegt der auch nichts hin. So, wie gesagt, hier den Düngerchen noch gemerkt, ne. Hab ich gemerkt. Steine sammeln ist ein Steine sammeln. Jetzt weiter, dass die Drille frei ist, dass wir drillen können. Und hier schon richtig Urnung. Oder dann noch. Also da ist, glaub ich, noch eine Düngungsurne. Und wo war das denn noch eine? Aber bald geht auch die olle Brücke runter, oder ist das nicht so? Hier, 52. Komm, da fahren wir eben hin. Da haben wir eh nichts zu tun. Komm mal zu Feld 52. Kannst du da noch ein Düngerchen machen, ne? Kannst du auch von mir aus da lang fahren. Das ist mir eigentlich sowas von Pups Latte, wo du dann fährst. Der ist hier fleußig, ne. Den können wir direkt einlagern. Der macht hier seinen Job, ne. Und ich glaub, der Abfahrer, der hat da auch irgendwie nicht immer Bock. Aber der geht jetzt auch noch vor an. Ist natürlich ein teurer Spaß, aber das wird's. Kannst jetzt nichts zu erinnern. Ist wie es ist, ne. Natürlich auch. Ansonsten, ja, 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 ne. Nichts los. So wie immer hier auf dem Komma. 1,4,3,10. Seht Hopfen. Ich hab die nochmal voll gemacht gehabt. Weil es natürlich nicht für die Fläche erreichte. Hab das gut auf dem Hof gelassen, ne. Hab die da eh fix hingeschickt und läuft ab. Hab dann dies gemerkt, das gemerkt. Heute mal, wir wollten zum Hof, ne. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Ganz ehrlich. Wie machen wir das überhaupt? Ne, ich weiß. Den haben wir auch gemietet. Das war mir sowas von Chlor. Das war mir sowas von Chlor. Oh, 55.000 können wir uns gar nicht leisten. Ne, das können wir uns nicht leisten. Ne, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Decke ist 25. Wie viel gehen da rein? 108.000. Ach, 108 gehen da rein. Ist schon eine Überlegung wert, ne. Wegen, sag mal schnell. Wir haben den noch für 10.000, aber da gehen nur 10 rein. Das ist, das ist uninteressant. Den haben wir noch für 50.000. Den wäre natürlich schöner hier hinzustellen, ne. Der, der, der passt hier nicht hin. Der passt hier einfach nicht hin. Der würde auch schon nicht hier hin passen, ne. Die brauchen irgendwas, wo wir mit Tollas verdienen. Das ist, brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Ne. Wir könnten mal so ein Bienenauto mal setzen, oder? Wer man darf? Das sind 20.500, ne. Gehen wir hier hin. Dreh dich mal hin. Wie haben wir den denn gesetzt? So, so, so. Okay. Wo wir den hier noch hinsetzen? Kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Schotter dazu, ne? Ja. Brauchen wir. Ja, ist so, wir brauchen wir zum. Planlos, ne? Das wäre nicht, das ist nicht normal heute. Aber das zieht sich schon die ganze Woche, wie einen roten Faden. Dass ich so planlos bin. Wie malen wollte ich hin, man? Kannst du vergessen, so weit. Oh, ich hab das scheiß Pflanzkarte schon zurückgegeben. Aber auch. Die ganze Woche zieht sich das jetzt schon. Nein, 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 nein. Hier, Gebäude. Sag mal an hier, bei Gebäude. Sag mal. Wir haben noch hier noch diese Clip. 25.000. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß. Du. Du. Ich sehe, was ist hier. Hoffentlich beißen die sich jetzt nicht. Wollen wir florenzen wir die hier direkt schon hin? Geht gerade so, ne? Geht gerade so. Man, schon wieder die ganze coole Idee. Was wird's machen? Es ist wie, nee, ist das Matsch? Nee, Matsch, Wummi. Ich bin von Dreck. Was ist denn Dreck? Ist hier nur noch Matsch? Na, noch mein Kopfschirmfresser. So, ne? Wieder eben reinfunkeln. Kühl können wir jetzt leider nicht mehr kaufen, weil ich hab das Geld für nachher rausgegeben. Dass das hier nur so ein bisschen aufgeräumter ist, ne? Da geht's mir im Moment drum, dass hier auch nur ein bisschen aufgeräumt ist. Nicht nur, dass es schäbig aussieht. Das ist der Haupthinterpunkt, ne? Warum machen wir das ja? Ich persönlich mag das lieber, wenn's dann so ein bisschen fertig ist, gestaltet. Da sind wir immer so Kors, wenn wir so da hinten kommen. Irgendwann, wenn wir mal ganz viel Geld haben. Ich glaube, wir brauchen einfach nur eine zweite Nutzplatte, ne? Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Äh, obwohl die könnten wir noch... Sido-Erweiterung... Ne, 2000 Euro, da passt da. Dann können wir hier hinpflanzen. Pasta genommen. Bist du mich grad veräppeln? Ja, wir haben da noch Perfüren. Ja, ich weiß nicht, wie das springen wir hier vor. Rune-People. Wie ein Landschaftsbau. Wir müssen maulen. Dann maulen wir das hier hinten. Mal da zu mir. Nächstes Mal. Können wir immer noch mal wieder veräppeln. So. Mal pflanzen. Nochmal groß. Wieso soll ich auch zupflanzen? Mal pflanzen. Dann laufen wir noch. Dann laufen wir noch. Und können wir hier nicht. So, dann unterdrehen wir hier. Warum wollen wir gleich ein Bildchen? Ne? Nein, nein. Dann machen wir das hier hinten hin, fix. Fix, ich will schon nehmen das. Machen wir ab V. Ja, ich komm da gleich hin, man. Wir haben doch gerade hier voll das Business anlaufen. Siehst du das nicht? Hast du das hier alle fertig an? Das dauert dann ein bisschen. Und sieht das echt schon wieder ein bisschen annehmbarer aus. Wenn wir uns jetzt nicht so die Kohlen ausgeben würden, könnten wir hier noch ein, zwei Gewächshäuser hinsetzen. Aber wir haben schon, nee, 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 nee. Als nächstes brauchen wir die Düngerproduktion. Wir können mal auf den zweiten Monitor rüberhüppen, das ist manchmal ganz sinnvoll. Oder auch nicht. Das ist ja gut, dann bin ich ja auch schon wieder fertig. gefällt mir so erstmal ganz gut weißt du wir können schon wieder maschinen unterstellen mich stört das immer so ein bisschen wenn die nur draußen stehen hier können wir noch mal ein zwei bäume hin pflanzen da haben wir aber im moment nicht so geld für hier können wir uns noch erweitern hier muss der kompostmaß und alles sehen aber es steht nicht immer alles gut draußen sowie müssen wir nachgucken was hier phase ist aber das machen wir nächstes wollen kannst du noch anfangen dann ist das fertig das haus hat man eingestellt oh 11 meter 11 meter in frankfurt kann mich nicht jucken schalke spiegel ist man sie halbe sieben spiegel ist menschen kram bespeichern aktivieren sehen 15 meter das das läuft nummer als erster wegpunkt gibt schubrakete er steht hier immer noch doof rum ach ist es hier ne das ist jetzt 52 ne böse volle böse volle so gut 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 und gut dass ihr noch dran gedacht das finde ich hier kann ich ja schon wieder zweifeln kein cooles einmal rundum cool 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 ähm 52 ne cool speichern aktivieren düngen Frankfurt 4 Okay, das läuft Weiß schon nicht wie gut, aber das läuft So, der macht jetzt hier seinen Job Hier ist so fleißig an Steine sammeln Hier kommen auch mal einen Knick Gute Frage, nächste Frage Gibt es hier was Neues? Neue Verträge? Oh, da muss ja was dazugekommen Da formen wir hin, Vertrag akzeptieren Sollten wir alle mitmachen, aber wir müssen auch mal unsere Flächen jetzt ernten Und bald kommt die Nacht Was denn hier? Zwiebeln Weißkohl, Hopfen Weißkohl, Möhren, Hopfen Ne, da ist erstmal nichts mehr wieder für uns dabei Hier sieht es gut aus, ne? Oh, 4000 Liter Milch haben wir schon Guck mal 4853 Liter Gülle haben wir Läuft Ja, ich würde sagen, es läuft Da läuft alles Oh, wir müssen kalken, ne? Stimmt, wir müssen hier auch noch Kalk hinheizen 28, 27 Ja Da müssen wir auch noch kalken Hoffentlich haben wir noch genug Kalk an den Hof Wie lange haben wir denn noch ein Silo? Haben wir in den Nacken geguckt? Ich frage nur für einen frohen Kalk Kalk? Wir haben nur noch 19.000 Liter Da müssen wir auch noch eben wochen Rennen organisieren Aber liebe Leute Ich sage jetzt erstmal danke fürs zu gucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen Bin ich ja ganz ehrlich Und wenn es euch gefallen hat Hier auf dem Chaos Kanal Und ihr wollt nichts mehr verpassen Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen Und dann würde ich sagen Tschüss 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 Tschüss